Auto-Interessenten aufgepasst! Beim Leeds Megasale können Sie Ihren Gebrauchten zum fairen Preis eintauschen und mit einem neuen Auto zum Schnäppchenpreis nach Hause fahren. Wir sind ständig auf der Suche nach gebrauchten Fahrzeugen. Also wir freuen uns über jeden Eintausch und aufgrund der Tatsache, dass wir eben gebrauchte Autos benötigen und gerne eintauschen, zahlen wir Ihnen den Marktpreis für Ihr Auto. Es wird praktisch im Internet eruiert, was ist das Auto wert und anhand dessen gibt es einen guten Eintauschpreis für Sie. Beim Leeds Megasale gibt es über 500 Ausstellungs- und Vorführwagen, aber auch ausgewählte Einzelstücke zu sensationellen Preisen. Dominik Lehner, Verkaufsberater bei Leeds in Wieselburg, stellt Ihnen eines dieser Autos vor. Wir stehen da jetzt beim neuen Hyundai i30 Go, dem Sondermodell von Hyundai, den es generell in drei verschiedenen Motorenvarianten gibt. Einmal Dreizylinder-Turbo mit 120 PS oder 110 PS Turbodiesel. Dieser i30 verfügt über den 1,4 Liter Benziner mit 100 PS und 6 Gang Schaltgetriebe. Das Sondermodell Go verfügt serienmäßig über Navi-Rückfahrkamera, zwei Zonen Klimaautomatik, Tempomat, Freisprecheinrichtung, sowie Sitz- und Lenkrotheizung. Sicherheitstechnisch sind wir unterwegs mit einem Spurhalteassistent, der aktiv selber die Lenkung regelt, beziehungsweise ein Aufmerksamkeitsassistent, der schreit, wenn ich entschläge. Zudem verfügt der Hyundai i30 über eine hervorragende Ergonomie. Alle Schalter sind leicht erreichbar und für den Fahrer, seine Passagiere und das Gepäck ist jede Menge Platz vorhanden. Das große Plus beim Hyundai i30 Kombi ist ein großer Laderraum mit umliegbaren Rücksitzbänken, Staufächer, überall versteckt, wo der kleine Einkauf immer unterkommt. 602 Liter Gepäck fasst der Kofferraum. Durch Umklappen der Rücksitzlehnen lässt sich der Laderaum auf über 1,6 Kubikmeter erweitern. Ein Hyundai i30 Kombi Go gibt es jetzt um 17.550 Euro. Er sparen ist von 5.550 Euro. Ist ebenfalls die Leeds Megasale und natürlich wie jeder Hyundai 5 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Die besten Angebote finden Sie jetzt beim Leeds Megasale. Ausstellungsfahrzeuge, Vorführwagen und Einzelstücke sind mega stark vergünstigt. Die gesamte Auswahl finden Sie auf www.leeds.at Leeds, der richtige Drive.